Mundasana, wörtlich der Kahlkopfstand, ist eine Variation von Shishasana. Manchmal werden auch Mundasana, Shishasana, Shirasana und Kapalasana und Kapalyasana gleich verwendet. Garote in seinem Enzyklopedia of Traditional Asanas erwähnt Mundasana als Lotuskopfstand. Vom Fersensitz ausgehend, misst die Ellbogen ab, falte die Hände, komme hoch zum Kopfstand. Im Kopfstand falte deine Beine in Padmasana und halte die Stellung. Das ist dann Mundasana, die Stellung des Kahlköpfigen, der Kahlkopfstand oder einfach der Kopfstand.